Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es freut uns ganz besonders, dass wir in der ersten Sendung vom neuen Jahr eine kleine Modenschau präsentieren dürfen. Wenn auch nicht für Haute Couture, sondern auch für etwas umso praktisches, nämlich Manchester Jeans in drei Farben und Pulli für Kinder. Michael zeigt uns das gerade mal von nahem. Steh mal auf Michael. Die Texte am Manchester Jeans sind aus 100% Baumwolle und haben im Ganzen fünf Taschen mit starken Nieten und Gürtelschlaufen. Auch hinten sehen die Texte am Manchester Jeans richtig gut aus. Es hat zwei Taschen und natürlich die Postkutsche aus dem Wilden Westen. Bei der Pulli bietet die Coop drei neue Modelle aus pflegeleichtem Material. Der hier mit dem Rollkragen ist aus 40% Linie mit 60% Akryl. Nadine trägt einen ganz schönen Pulli aus 100% Akryl. Er hat einen V-Ausschnitt. Und Andrea trägt auch ein 100% Akryl mit dem Rund-Ausschnitt. Beachten Sie die Plakate an den Schaufesten der Coop-Läden und Coop-Warenhäuser. Überall, wo die Plakate hängen, gibt es die Pulli und Manchester Jeans für Kinder und Jugendliche von 2 bis 16 Jahren. Eine ächte Qualitätsleistung von Coop, die Sie zu diesen günstigen Preisen nirgendwo anders bekommen. Auch in der Kosmetik macht es Coop möglich, dass Sie Qualitätsprodukte von Weltfirmen zu erstaunlich günstigen Preisen bekommen unter der Vertrauensmarke BELDAM. Neu ist BELDAM Pflegekosmetik. Sie ist nur leicht und dezent parfümiert und gerade darum für die empfindliche Haut besonders gut verträglich. Von der Gesichts- und Körperlotion bis zur Tages- und Nachtcreme. Sie sehen, BELDAM Kosmetik gibt Ihnen alle Sicherheit und das zu erstaunlich auf vorderhaften Preisen, wie alles bei Coop. So, das wär's. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.